Na hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Angezockt. Wir spielen hier mal eine Runde Snow. Ich habe keine Ahnung wie das geht. Es ist ein Open World, Skifahr, Indie, Game, was auch immer. Oh, LOL. Cool. Gesehen? Papp, Grabstein. Einfach Grabstein. Quick Restart. Wir sind hier im Multiplayer. Ich würde mir gerne bloß mal fix anschauen, wie das funktioniert. Controls. Controls. Celebrate. Push, took, use, butter, was auch immer. Was auch immer. Wie springe ich denn? Ach gar nicht. Ja, wir probieren es mal. Wie gesagt, es ist kostenlos bei Steam. Ja, zieh. Zieh, meiner. Hier geht es links runter. So, das wir verlassen hier einfach mal die Piste. Hier gebremst. Und jetzt geht es ab hier. Ja, du kannst hier eben mit deinen Skiern, wie gesagt, eben Open World. Du kannst hier hin und her fahren. Überall da, wo du möchtest. Das Problem ist, da müsst ihr ja... Boah! Da kann man erinnern. Das Problem ist ja... Da müsst ihr ja... Achso, nee. Na gut. Ja, per Lift. Ja, klar. So, wir müssen aufpassen, dass wir hier nirgendwo dagegen fahren, dass es gleich wieder RIP geht. Und hier los, komm. Und spring. Wir springen doch einfach mal. Wuhu. Jetzt hier. Wuhu. Und wuhu. Rückwärts. Boah. Cool. Das gaben Punkte. Los, vorwärts. Was? Wie springe ich denn hier überhaupt? Wuhu. Ja, gesehen? Cool, ne? Wuhu. Warte, hier. Und... Schratze. Oh, cool. Wir sind in einem Hotel. Und... Wuhu. Ja, rückwärts. So, und nu? Ich würde gerne vorwärts fahren. Boah, Jungs. Das war mega krass, oder? Mann. Das sieht alles so realistisch aus. Also... Zieh! Naja. Naja. Also... Bis jetzt hier überzeugt mich das Spiel überhaupt gar nicht. Was hat denn den Elchgeweih? Hier, das ist springen. Jetzt hast du. Hup. Gesehen? Und drei Punkte gegeben dafür. Und... Hup. Boah. Frontflip. Die Treppe runter. Und ne Zertrehung. Ging nicht so richtig. Da gibt's ne Bar. Ich hoffe... Jetzt ist eben die entscheidende Frage. Haben die Bier da? Natürlich nicht. Das heißt natürlich auch, dass das Spiel dementsprechend eine negative Wertung bekommt. Weil ohne Bier... Ist das scheiße. Warte. Wuuu. Gesehen? Oh, Bad Landing. Gab's Minuspunkte sogar. So, was auf. Kann ich hier über... Das Geländer springen? Fahre mal ans Geländer. Hup. Naja. Oh. Oh nein. Habt ihr es gesehen? Ich bin tot. Ich bin irgendwie mit meinem Kopf zwischen Geländer und Glasscheibe hängen geblieben. Hab mich natürlich trotzdem weiter nach hinten gedreht und hab mir dabei das Genick gebrochen. Das könnte sein. Ja. Ja. Also... Ja. Los, wir machen hier nochmal einen Quickstart. Annimmt. Oh, es wird dunkel. Also... Ne? Schnell runterfahren. Vor allen Dingen Ski, Open World, Indie, Sportspiel. Ja. Ja, wie gesagt. Open World. Hier könnt ihr auch sozusagen tun und lassen, was ihr möchtet. Die ganze Zeit hier... Oh. 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 Oh Gott. Schapsel. Die Öffe. Hup. Spring. Oh. Tod. So. Los. Wir setzen uns hier mal. Endpoint. Ich würde gerne mal... Ich würde gerne mal wirklich mit dem Lift fahren. Das würde ich euch nochmal zeigen. Oh. Oh. Oh Gott. So. Hier. Wir hören noch Musik. Wie hab ich ausgemacht? Pass auf. Ja. Cool. Es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die haben sich bestimmt ganz schön drauf in dem Spiel. Also ich... Es hat so ein bisschen was... Naja. Tony Hawk, Bruce Gator ist ein bisschen reingesteigert. So. Warte. Uh. Äh. Enter. Oh. Hier. 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 Fast Level Up. Na. Continue riding. Was ist es nur? Wenn wir hier kommen, wenn wir selber anfangen? Doch da oben. Ja. Mach jetzt mal hin. Woah. Achso. Du musst dann immer tappen. Du musst dann weh tappen. Und wenn ihr weh loslässt, fährst du rückert wieder runter. Oh. Oh. Ich hab mich grad so mörderisch verschluckt. Mann. Zieh hoch. Zieh. 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 Oh. Ja komm. Seht ihr meine... Spur im Schnee? Cool. Woah. So und wie fahr ich jetzt hier mit dem Lift mit? Show me the Lift. Come on. Huh. Geht das richtig gut? Naja. Pass auf. Wir fahren hier einfach mal. Weil es ist ja Open World. Wir können ja hier umfahren, wo wir möchten. Das sieht aus wie so ein... wie so ein Brett. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Warte. Und Backside Flip. Und Side Flip. Nee. Gut. Ich wollte eigentlich in Front Flip machen. Und wollte mich dann noch zur Seite drehen. Achtung. Ich bin... Achso. Sobald man das Gitter berührt, ist man tot. Lass mal so. So. Pass auf. Gibt's hier mal den wilden Ritt hier. Sehr schnell als ich. Kann gar nicht sein. Pass auf. Ich nehme die Kurve viel weiter innen hier. Ein illegales Rennen mit Schieren. Ich bin nicht, du Sau. Irgendwie. Boah, Achtung, Klamme. Hier. Erster. Vergiss es. Nein. Warte. Wuuu. Vergiss es. Hier nehme ich die Dings rum. Achtung, Bosch. Was ist mit dir? Cheater. Achtung. Und seitwärts hier nochmal. Achtung. Eine Reinfahrt. Oh. Ich hab's überlebt. Irgendwie geht's bei mir ganz schön rückwärts hier. Kann ich mich dann auch mit... Im Rückwärtssalter? Nee. Ich könnte nach hinten springen und nach vorne drehen. So ungefähr wie der neben mir. Der ist auch tot. Ja, naja. Also mich hat das Spiel jetzt überhaupt gar nicht überzeugt. Also ich würd's gerne wieder ausmachen. Ein She-Open-World-Spiel Snow. Gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis später.